einen wunderschönen guten tag schön dass ihr reinschaut willkommen zu einem kanal update und wie angekündigt werde ich euch heute meinen neuen let's play kanal vorstellen vor ein paar tagen habe ich bereits ein info video veröffentlicht dass das projekt mac rife gaming anfang juni 2018 eingestellt wird aus diversen gründen und heute werde ich euch mal zeigen wie der kanal heißt und wie das neue logo der neue name etc aussehen und wie ihr diesen kanal und alle anderen kanäle wie social media twitch und so weiter erreichbar sind ich würde mich auf jeden fall freuen wenn ihr auch nachdem mac rife gaming seine pforten geschlossen hat mit dabei bleibt und wie gesagt heute der erste schritt in diese richtung und ich würde sagen ich zeige euch einfach mal den logo und den namen ist ich kann zu einem anderen zeitpunkt gerne mal erzählen wie es dazu gekommen ist den namen an sich gibt es schon sehr sehr lange nur noch nicht unter dieser verwendung und gibt es auch wirklich kein zweites mal den habe ich mir vor einigen jahren mal ausgedacht und finde ihn eigentlich ganz nett ist ein bisschen ungewöhnlich hat auch auf den ersten blick es nicht unbedingt was mit gaming zu tun aber so wird mc ralf zukünftig heißen und zwar kotzender eisbär tv muss man vielleicht erst mal auf sich wirken lassen die frage ist berechtigt dem ersten dem ich das gezeigt habe das ist der gute roble mit dem ich ja schon einige koop projekte gemacht habe der hat erst mal gelacht und dann sich erst mal gefragt was hat denn ein kotzender eisbär mit gaming zu tun ja erst mal nicht viel aber wie ihr seht er kotzt pixel das heißt er regt sich über den ganzen digitalen bullshit aus den er da im ganzen leben schon hat in sich rein ziehen müssen aber ich glaube wir müssen nicht groß philosophieren ich wie gesagt es gibt auch sogar eine sehr simple und vielleicht interessante anekdote wie dieser name die farbgebung etc alles entstanden ist aber ich würde mal sagen das heben wir uns für die zukunft auf ist man nette geschichte die ich erzählen kann auf jeden fall das ist es ich hoffe ein paar von euch finden es lustig ich befürchte bar von euch werden so richtig kacke finden aber ja ich weiß ich habe einfach bock darauf ich habe bock darauf was neues zu machen und einen kotzenden eisbären gibt es halt kein zweites mal und ja der kanal wird wie gesagt einen ganz starken fokus auf racing games bekommen maximal ergänzt um das ein oder andere projekt auf dass ich halt gerade einfach bock habe und die homepage die jetzt erstmal nichts anderes als eine virtuelle visitenkarte sein wird für den anfang ist auf jeden fall auch kotzende eisbär punkt tv und ihr könnt das ganze sogar mit dem umlaut also mit dem e schreiben unter der voraussetzung dass er einen modernen browser benutzt über diese seite könnt ihr dann klicken auf sämtliche social media kanäle die verfügbar sind also youtube twitch twitter und wie sie alle heißen und noch einfacher für euch sämtliche social media kanäle erreicht ihr unter dem kurznamen kotzbeer tv also wenn ihr zum beispiel eingebt www twitch.tv slash kotzbeer tv dann kommt ihr direkt auf meinen neuen twitch kanal und so funktioniert das auch mit twitter instagram facebook und google plus gut ihr seht ich werde also auf sämtlichen kanälen aktiv sein hoffentlich auch ein bisschen regelmäßiger mit inhalten und wer vom namen und logo und der gesamten idee jetzt nicht komplett abgeschreckt ist den lade ich herzlich ein rüber zum kotzenden eisbär zu kommen die link oder den link zum youtube kanal den packe ich auch hier und hier unten in die video beschreibung rein und dann würde ich mich freuen wenn der ein oder andere von euch einfach umzieht von mc ralph zum kotzbeer da ein abo hinterlässt denn anfang juni soll es dann bereits losgehen und zwar einmal mit onrush diesen fun irgendwas arcade racer mal sehen ob das ding was bringt und es geht auf jeden fall weiter auch mit gran turismo sport sowohl offline als auch online deswegen für alle die bock auf live streams haben es wird natürlich weiterhin auf youtube gestreamt aber eben auch nach wie vor auf twitch.tv slash kotzbeer tv so das ist es ich bin gespannt auf eure meinungen ich werde es an den daumen nach oben oder nach unten sehen ich werde es in euren kommentaren sehen auf jeden fall interessiert mich eure meinung und ja dort werden wir uns wenn ihr lust habt anfang juni wiedersehen das war es erstmal für heute in den nächsten tagen werde ich auf jeden fall noch mal ein video veröffentlichen für alle die das ganze hier vielleicht noch nicht mitbekommen haben die vielleicht auch zu einem späteren zeitpunkt noch mal auf mc ralph gaming stoßen obwohl ich tatsächlich plane das projekt mc ralph gaming sukzessive auch wirklich einzustellen also auch vielleicht wirklich komplett zu löschen einzustampfen aber für einige wochen werde ich das hier auf jeden fall noch online lassen und ein video in den nächsten tagen veröffentlichen das eben auch alle darauf hinweist hey mc ralph ist umgezogen gut ihr die ihr bis zum ende dieses videos durchgehalten habt wisst auf jeden fall bescheid und wie gesagt ich würde mich freuen wenn ihr rüber schaut wenn ihr ein abo hinterlasst und wir in den nächsten monaten und jahren dann noch ein haufen spaß zusammen haben alles klar das war's erstmal für heute euer mc ralph